Bestimmt hast du schon von einigen Würmern gehört. Regenwurm, Mehlwurm, Fadenwurm, Bandwurm, Schiffsbohrwurm. Oder wusstest du, dass gar nicht alle diese Würmer tatsächlich zu den Würmern gehören, sondern nur aufgrund ihrer äußeren Erscheinung so bezeichnet werden? In diesem Video wollen wir uns ansehen, welche Würmer tatsächlich Würmer sind und welche nicht. Dabei werden wir uns auch die Systematik der Würmer etwas genauer anschauen und einige Stämme genauer behandeln. Eine Vielzahl wirbelloser Tiere wird unter dem Begriff Würmer zusammengefasst. Sie haben einen länglichen, schlauchförmigen Körper und bewegen sich kriechend fort. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu das P sorgen der Zensuren ohne großen Aufwand zu lesen. Achso, was das nicht passt? Das ist nur eine Zensuren ohne großen Aufwand zu bringen. Geht es nicht die Zensuren ohne großen Aufwand zu werden. Und dann dann eine Zensuren ohne Aufwand zu werden. Gut als das zu sein soll. Vielen Dank.